hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play super mario 64 ja wir werden heute die nach der ist die welt die grüne giftgrotte besuchen und werden erstmal auf nessis rücken klettern wie ging es denn dahin ich glaube hier nicht wahr gehen wir nicht im weg rum ein felsen die kommen hier richtig fies runter zum glück sind hier gleich mal münzen zum heilen schön ausgewichen und wie gesagt hier oben wäre auch ein stern wenn ich es schaffen würde mann ja genau mario lauf einfach mal da rein interessiert ja keinen dass ich hier versuche den stern zu holen denn der liegt ja hier eigentlich gerade auf dem weg die kamera was war es da falsch laufen gegen die wand springen und immer noch nicht ok oben sind wir jetzt jetzt nur noch naja dann halt nicht machen wir es halt ohne kamera wir haben es geschafft das ist das wichtigste ja ja es war zwar jetzt nicht so ganz der stern den wir machen wollten wir springen hier ja voll in flüssiges metall eisen wie auch immer klettern auf nesses rücken ja den wollten wir eigentlich machen wir in den sechsten gemacht den letzten ja dann machen wir das halt eben jetzt ist ja an sich egal welche reihenfolge wir machen hauptsache wir haben gegen schlusshintern alle und hier heißt es nicht runterfallen das wäre du das wäre auch du weißt du da machst mario ja ja los voll in den felsen reingesprungen ach so jetzt wird es nicht mehr gezickt gut weil jetzt waren wir hier gerade dem tode nahe aber wir haben es geschafft muss jetzt hier wieder im kleinen fenster spielen oder wo liegt jetzt hier wieder das problem dass es hier wieder diese probleme gibt mit der kamera so ich werde hier nochmal nützen für uns das wäre gut nein ja dann halt nicht so nesi komm her achso ja ok so können wir uns ja auch heilen wasser hat eben doch heilende wirkung erst mal misst handeln wir dich hier wieder bück dich für uns so und jetzt müsste ich mich ja irgendwie richtung insel drehen ja doch so machen wir es hai geil ja dreh dich, 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 dreh dich Ja, so wollte ich das sehen. Mann, aber mich kriegt das auch, dass es hier so rumspinnt. Klasse, auf jeden Fall. Ja, genau, wieso spinnt das so? Ähm, bevor ich hier weitermache, beende ich mal ganz kurz die Aufnahme. Und guck, ob es irgendwie... Wobei, jetzt geht's grad. Naja, aber wenn das noch schlimmer wird, dann werde ich das wohl irgendwie gucken müssen, ob ich das irgendwie beheben kann. Ui, ich finde die 8 Roten Münzen. Ich glaub, da müssen wir in die andere Richtung. Wow. Springt da einfach mal so raus. Aua, voll gegen die Wand gesprungen. Äh, wo müssen wir denn hin? Da steht wieder bla 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 bla. Achso, das ist ne Stange. Ja, Mario, Striptease. So. Und jetzt geht's doch hier dann... Hier ist der Stern. Die sind nämlich in den Lüften hier unten, Münzen hier. Irgendwo ist doch hier ne Treppe. Nein. Ich weiß... Ah, doch da. Das war auch gerade seltsam. Ich weiß doch gar nicht, ob hier die HD-Texturen noch drin sind, weil ich gar nicht weiß, wie es hier normal aussieht. So, und zwar müssen wir jetzt hier mit dieser Plattform arbeiten. Ich muss das irgendwie... Hm. Wie könnte ich das machen? Ja, ich könnte im kleinen... Modus spielen, aber... Ja, geil gemacht. Ja, wenn wir jedes Mal runterfallen, dann wird das natürlich ätzend. Aber jetzt müssen wir sie immerhin nur noch einsammeln. Oh. Nein, nicht umdrehen. Gut, die erste haben wir. Das kann's ja nicht weiter. Ich spiel's hier im kleinen Fenster. Das ist schwieriger für mich. Ich runterfalle, Mari. Und trotzdem wird's irgendwie nicht besser. Ja, toll. Mach ich's doch lieber wieder groß. Ähm. Ach Gott. Wenn ich hier einen Stampfattack hier mache, will ich eigentlich den welchen Sprung machen, aber ich teile es nur falsch rum. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub, die Münzen oben wären auch nicht viel leichter, weil... Ich hab' da nochmal ne Etage. Okay. Ach. ...ge'n wir da knapp an dem vorbei. Sehr schön. Steh auf, Mario So, gut, die haben wir Dann können wir jetzt runter Und wieder hoch Geht schneller, wie hier umzudrehen Oh, jetzt war knapp Ja, und dann Wieder hier ein Striptease hoch Und Falsche Richtung Und wieder nach unten Ja, Mario, ja Oh mein Gott Und wieder ganz nach unten Ja Okay Irgendwie hatte ich Letzte Zeit das Gefühl, dass ich die Steuerung immer mehr drauf hab Doch jetzt Gerate ich hier wieder anderer Meinung Ja Schöner Sprung rüber, aber der reicht nicht Das ist doch doof Nein, nicht zurück Also Es kam das Geräusch Vom weiten Sprung Aber er ist runtergefallen Ja 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 Klar Ich komm da nicht rüber Wie peinlich ist das denn Ich probier jetzt da von der anderen Seite hin zu parken Hä Der macht den weiten Sprung nicht Es kam wieder das Geräusch Mein ich Ja Spring doch einfach gleich so, Mario Komm Hoch 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 So Die Kamera ist hier extrem beschissen Muss ich sagen Gleich mal safe stateen hier Schön auf Aufpassen In die Kiste müssen wir schlagen Ach, da war gar nichts drin Stehen wir schön, bitte 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 Ja, müssen wir uns nicht mehr bewegen Okay Jetzt wird uns hier ja von den schwarzen Dingern immer angezeigt Wo da die Plattform hinfährt Oh Was soll denn diese Fledermaus hier Wow Knapp, Mario Oh, der Stern Yeah Und hol dir Wow Das hat jetzt wieder eine Welle gedauert Sicher und weiter Mal sehen, was der nächste wäre Vielleicht denke ich mir, den schaffe ich ganz schnell Und dann Lauf der Ah ja, okay Das können wir eigentlich schaffen Ich weiß zwar nicht Wo der Stern da ist Aber das hört sich erstmal nicht so schwierig an Und ein bisschen überziehen können wir ja auch ruhig Wir können hier ja ellenlange Videos hochladen Euch stört das ja sowieso nicht Nur mich, da ich jetzt eben hochladen muss So, jetzt Münzen her So, rein mit dir Und dann ist hier ne grüne Box Oder wo ist denn die Weil ansonsten weiß ich gar nicht, wo Wo ich jetzt den Stallanzug herbekommen Oder muss ich wirklich nur tauchen Ich habe Eigentlich Hat der eigentlich in Erinnerung, dass ich hier Ja doch, ich brauch doch hier Äh Dachte ich irgendwie Für einen Schalter Den ich unter Wasser sonst gar nicht betätigen kann Das ist anders Ach doch, da Da, 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 da Ach, ich dachte, da kommt mir noch kein Schaden Wo ist dieser Dumme Schalter hin Ja, da Gut, da sind wir doch auch gar nicht falsch Noch hier rein Und zack Und zack Und Schöne Sterne gesammelt 44 Schöne Zahl Lauf auf den Grunde Sees Haben wir auch abgeschlossen Sichern und weiter Und ich beende den Part Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Vergesst nicht das Video zu bewerten Bis dann, ciao Bis dann, ciao